Bauen von A bis Z und was sind dabei die Aufgaben des Architekten? Darum geht es in diesem Video. Bauen von A bis Z und was sind die Leistungen des Architekten während dieser ganzen Bauphase? Wir haben uns überlegt, dass es für viele Bauherren und für viele unserer Kunden im Vorfeld interessant ist, was macht eigentlich der Architekt genau während der ganzen Bauphase? Und wir haben die Leistungsphasen, die in der Honorarordnung des Architekten, sogenannte HOAI genannt sind, als Grundraster sozusagen für die nächsten Videos genommen und möchten symbolisch an verschiedenen Projekten so die ganzen Phasen des Bauens und die Dinge, die der Architekt dabei tut, für Sie kurz dokumentieren. Und deswegen gibt es dieses Video oder diese Videoreihe, die einfach heißt, Bauen von A bis Z und was macht der Architekt da dabei? Damit Sie wissen, wenn Sie einen Architekten buchen, was tut der eigentlich für mich und wo stecken dem seine Leistungen drin? Ich wünsche bei der Reihe viel Spaß und wenn es dabei Fragen gibt, melden Sie sich bei uns. Wir ergänzen die Videoserie dann entsprechend oder beantworten Ihre Fragen direkt. Viel Spaß bei der Serie, die wir Ihnen hier zur Verfügung gestellt haben.